Und zum Thema, was ich ganz am Anfang des Streams erzählt habe, also vor einer Stunde. Ich war natürlich so intelligent, an dem Wochenende hier meine Eltern zu besuchen, an dem in Bayern die Schule anfängt. An dem ersten Wochenende, an dem alle Bundesländer Schüler Ferien haben. Ach Gott. Ach, vor allem, wir fangen mit der schönsten Map an, ey. Ja, nur für dich. Willkommen in Bayern. Willkommen in Bayern. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich darf gleich in den Kilder da rein. Ich glaube, zumindest die Musik gerade so ein bisschen. Auch hier ein Kilder ist auch schon. Bayern ist auslöslich. Ja. Ich sag doch, ich darf nicht da rein. Oh, du Kaka. Wir haben den Fallenleger übrigens. Okay. Kaka. Ja, wir haben den Schlepper. Ja, Bayern ist eigentlich schön. Für mich als Wochenende. War nämlich, der ist hier auf der anderen Seite vom Haus. Er ist jetzt gerade in der Nähe vom Generator, den ich knallen lassen habe. Oh, du bist. Absichtlich natürlich. Komm, abzulehnen. Wo, moin. Was? Oh, fuck. War ja nicht schön, finde ich nicht. Soll war, es kam, aber man hat angerufen. Alles, kein Problem. Kein Problem. Mama ist nicht. Ach, da hinten. Okay, okay. Okay. Das nächste Mal bestellst du Grüße von allen Leuten, die dabei sind. Und vor allen Dingen von allen Leuten, die auch in Chat sind. Ah, wie lange brauchst du den, um zum Haken zu laufen? Freu dich. Der ist sich mal in den Kreis gelaufen. Vielleicht hat er eine Haken-Glindheit. Ah, ich glaube auch. Ah! Oder er wollte dich einfach nochmal flachlegen. Ähm. Kein Interesse. Irgendjemand bei dir in der Nähe? Einer war hier beim Haus, zumindest. Genau da, wo er mich halt gehängt hat, war einer beim Jen. Er könnte sein, dass er jetzt gejagt wird. Sieht zumindest so aus. Ja, er wird gejagt. Ich sehe sie. Ich bin nämlich die Type, die da rumhockt. Na, es kommt noch einer hergelaufen. Ja, das bin ich. Äh, wo ist denn der? Siehst du den? Äh, er ist hier oben noch bei mir. Er läuft in meinem Haus rum. Bleib mal unten, lieber. Der ist noch hier vorne oben. Ja, der rückt jetzt gerade durchs raus. Der sucht die Wunder. Es ist auch mal beschäftigt, wenn er runterkommt. Der Rönden hockt da oben. Ich weiß jetzt nicht, aber auf einer anderen Seite. Nee, er läuft schon wieder hier oben lang. Oh, hau ab! Oh nein! Wusste ich, dass er dann recht zu dir runterkommt. Nein, was soll ich sagen? Ich habe auch wieder Angst. Ich habe mich unterweinend zu mir. Okay. Okay. Na gut. Habe ich die Zeit zumindest für zwei Toten genutzt? Das ist ja auch sehr angenehm. Ja, einmal mit der Zeit schon. Ja. Wenn du schon freiwillig zu mir kommst, Mama, diese Leute im Internet sagen wieder Hallo. Hallo. Genau. Das habe ich vermisst. Das Fummel? Oder das Hallo sagen von mir. Da drüben rennt er beim Haus und ist wieder weg. Achso. Da hat die Wende wieder. Na, der war ja wieder oben. Ah, ihr habt den. Okay. Ja, ich glaube, sie ist zum Jen gekommen und dann habe ich sie bewummelt und dann habe ich den Jen befummelt. Der haut erst mal gegen den Jen nochmal und dann holt er den Wenden. Das ist klar. Ja, ich würde auch gegen den Jen noch holen. Schade, dass ihr im W. nicht lasst. Ja, das ist so. Das W. gehört meistens meiner Freundin. Außer sie hat keine Zeit. Dann geht das W. euch. Was ist denn da hinter dem Baum? Ich? Das bin ich. Kannst du mich heilen, please? Achso. Ja, wir müssen nur gucken. Ich höre mal, wie die Musik macht. Der war ja noch beim Haus gewesen. Ja, der redet hier jetzt gerade. Ich habe hier noch Terrorradius. Oh, der kommt zu uns. Das wird besser, das wird stärker. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Jetzt rennt die alle da rum. Nicht, nicht, nicht. Mach mal den Haken da frei. Der könnte vielleicht gebraucht werden. Ich brauche gar nicht mehr zurück. Das ist ja wirklich an jeder Ecke ein Haken. Also, bei mir war einmal so bescheuert und ist im Haus in uns hergelaufen, im Kreis. Hat nicht den anderen Haken dann gefunden. Deswegen konnte ich mich einmal freiwilligen. Da habe ich keines Krumm damit. Achso. Oh, sehr schön. Werden, wo bist du? Boah. Kannst du mal leiser schreien, wenn du irgendwo unterspringst? Kannst du mal leiser schreien, wenn du dich erschreckst? Alter. Sorry. Da kamen die Rätener GPs. Okay, der Random holt dich gerade. Boah. Er hat super leid, die Vlog. Mich hört man auch nur bei DPD schreien. Obwohl, das ist ein Witz. Hilf mich. Okay, du... Aber der eine sagt, dass du nicht schreien soll. Aber die Krallen kommen. Und warum immer das Gleiche? Weil ich da schon wieder ums Eck bin. Hallo, Chartos. Und ja, Wandelleichen sind wichtig. Komm mit. Ich bin mir nicht sicher, ob du mitkommen sollst. Ach, wir laufen jetzt aber weiter. Ach nee, das war ein Cut. So, mich jetzt. Schön geschlossen. Solange nicht gleich wieder um die Ecke EPs kommt, ist alles okay. Nee, ich glaube nicht. Zum Glück habe ich ja gerade ein Stück Medikit gefunden. Äh, Medikit. Ah, jetzt nicht mehr. Ich finde das gut, bei dir brauche ich keine einzelne Skill-Shacken, die ich zu heile. Okay. Ich bin jetzt wieder nicht mehr wie die Jens und ich habe sonst die Fähne, so ein Veröffentlichungs-Kurzseher. Ähm, da ist einer. Ah, ich sehe, wie der bei einer fertig ist. Ach nee, alle drei auf der anderen Seite, was auf der anderen Seite von der Map. Ja, das Problem ist, der eine hängt an dem Haken, den er ständig nutzt. An seinem Stammhaken. Ja, die anderen beiden sind auch nicht komplett weit davon weg. Ja, ist super. Oh, hier vorne ist er. Wesenblatt. Lass dich nicht nochmal erwischen. Nochmal heile ich dich nicht. Wenn er mich nochmal hängt, bin ich tot. Sag ich doch. Nochmal heile ich dich nicht. Aber die Jens sind alle da. Ach, hau doch ab. Ach so, der jagt ihn einen. Ja, ja, der jagt ihn alle. Oh, krass. Jetzt hat er ihn. Ja, ich hock nur hier hinten nochmal nach dem kleinen Baumstumpf. Ja, wenn er in den Keller hängt, ist gut. Ich bin nämlich direkt daneben im Schrank. Ach, der ist kaputt. Ja, er hängt in den Keller. Oh, 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 oh. Jetzt kommt er zum Generator. Ach, ne. Ja, ja, blöder Eitelrabe. Ich habe wieder ein Schrank über mir. Ich auch. Aber ich kann jetzt mit mir was noch hängen. Ich kann ihn nicht auf die andere Seite locken, weil er nicht wieder herläuft. Der Typ hat nicht alle Tassen im Schrank. Stimmt, ich habe nachgeschaut. Äh, woanders hin? Dann halt ihn dann stein, wenn er eh nicht mitkommt. Ja, aber es ist... Er muss uns ja nicht direkt von Weitem sehen. Ja, stimmt auch. Nicht aus, ist mehrfach lieber beim Vogel. Oder so. Woanders hin? Ja, genau, King, woanders hin? Nicht zu dir. Er umschafft, ein Schrecken, Arzt. Sehr schön. Hat doch mal was. Auch noch nicht oft. Da stimmt das eine Dinge. Ja, Ena ist hier oben und die anderen beiden sind hier hinten. Ich bin jetzt hier bei dem... Oh, da hinten ist auch der... Gut. Und natürlich, Winke, Winke. Oh, direkt ums Eck. Das ist ja optimal. Ja, die anderen beiden sind auch nicht weit weg. Fuck. Kommst du frei? Ja. Ich habe auch total vergessen, dass der Fallenlegen kann, der Fallensteller. Schön. Ich würde es eigentlich nur mit den Jinsen da oben machen. Ja, das wollte ich auch, dann kann der Kinder im Zweck. Ich mach dir jetzt einfach weiter. Ja, mach das. Ich bin jetzt gar nicht auf der Dauer. Und da ist der noch Jen, alles klar. Ich habe ganz kurz Terror-Radius gehabt. Aber ich glaube, der hat vielleicht folgt jemanden. Ja, ansonsten ist nur da hinten in der Ecke. Da noch. Ja. Nehmt Ausgang Jen und halte noch mal ein bisschen weiter links. Und... Der rennt gerade am Ausgang... Nee, das ist ein Zulager, der da oben drin. Ja, ich habe auch gerade geguckt gehabt. Das war aber der Sonder. Ja, du kannst das jetzt nicht in der Säufe aufhören. Gut. 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 Ja, aber ich habe den Ausgang aufgemacht. Ja, ich kann hier nochmal hängen lassen. Aha, der ist verschwärm. Der ist nicht dumm und hängt mich direkt daneben auf. Das ist keine böde Idee. Ach, ich kann sogar öfters noch hängen. Also was soll's. Ich den Ausgang zu Kater. Ah, das schau mal. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Jetzt rennt er Richtung Ausgang, weil da jemand in die Falle reingetragen ist. Ich stehe im Ausgang. Lol, er sieht mich und dreht wieder oben. Ja, warte. Weil er mich jetzt gleich erwischen könnte. Ach, komm. Ist die Tür offen? Ja. Bitte, bitte. Komm, hier wird zum gleichen Ausgang. Almisch. Peace. Da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Ja, da ist er. Ist ja okay, wir gehen ja schon. Oh, ich hab Schutztreile gekriegt. Ja. Kannst du rum? Ich hab nochmal so eine Selbstlosigkeit belohnen. Ich krieg so ein paar Punkte, weil ich vor dir stand. So gesagt, du hast den Hit nicht gekriegt. Lauf, 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 Lauf. Hey, ich bin wieder hinten. Oh, fuck, man. Puh.